Hallo, willkommen zurück bei OMSI2. Wir befinden uns gerade in Lengenfeld und fahren jetzt weiter in Richtung Nebelau. Rossal ist die nächste Haltestelle. Wir sind so schnell in der Kurve unterwegs. Schön hier mitten durch die Botanik. So, hier ist Rossal. Wir wollen auch mal einsteigen. So, wolltet ihr nicht einsteigen? Oder doch nicht? Ja, wenn nicht, dann nicht. Ist mir auch egal. Bleibt doch dort zur Straße stehen, ey. Kann man. Naja, so, jetzt geht es weiter hier geradeaus. Oberdorf. Da sieht man schon eine recht tiefe Schlucht. Oh, jetzt sind wir wieder einen kleineren Ort. Da will auch er aussteigen. Und da steht auch wer ja hier ist eine Ersatzhaltestelle irgendwie. Ist doch schon eine Baustelle gerade. Hallo, eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke. 30 Cent. So, der nächste Halt ist ein Marktplatz. Und dann müsste man dann, da oben ist nämlich glaube ich schon Nebelau. Die Häuser, die man da hinten sieht, das müsste schon Nebelau sein. Hier rechts ist ein Egeraufsitz. Also die Map ist richtig gut und detailreich gemacht, das kann man dir anders sagen. Freifurt ist für mich eigentlich eine der besten Maps. Ich werde euch natürlich im Rahmen dieses Plays hier noch mehrere verschiedene Maps zeigen, die es gibt. Form C2 und so war es alles. Aber momentan fahren wir nach Freifurt und ich muss sagen, das ist eine richtig gute Map, macht viel Spaß. Und jetzt glaube ich kommen demnächst auch noch mehr Linien dazu. Das ganze Netz wird irgendwie ausgebaut, sodass es dann noch mehr verschiedene Linien gibt. Und die werde ich euch dann, wenn dieses Update dann irgendwie mal kommt, dann werde ich euch das natürlich zeigen. Einfach mal abwarten. So und jetzt geht es hier nämlich rechts den Berg hoch. So und wir sind jetzt hier auch in Nebelau. Glaub ich zumindest, das muss die Läbelau sein. Okay, ist auch der Marktplatz. Da will wer aussteigen. So, da drei Leute. So und das ist nämlich hier die Endhaltestelle. Boah, fällt der scheiße. Ah, häng ich schon wieder dagegen. An dem Schild, naja, alle raus. Zwei Minuten geht es hier zurück, aber das machen wir nicht. Und wir beenden den Fahrplan jetzt mal. Und gucken mal. Wo wir jetzt langgefahren, wir fahren hier einfach mal jetzt ein bisschen amok. Ja, Schnauze da. Wir gucken jetzt mal, ich weiß nicht, ob man hier irgendwie links und rechts langfahren kann. Ob man da irgendwo hinkommt, da schon mal nicht. Und da auch nicht. Naja, hätte ja sein können. Komm weg da, lösschild. Wir versuchen jetzt mal wieder, wir fahren jetzt mal quer durch den Busch. Wir fahren jetzt hier mal irgendwie so lang. Oh, da kommen wir schon mal nicht weiter. Dann fahren wir jetzt mal hier lang. Wir gucken jetzt mal wieder, weil wir wieder auf die Straße kommen. Hier vielleicht umgehen wir über den Hügel. Wir suchen mal einen Sprung. Ja, es klappt. Ich mache eine Scheiße hier. Scheiße. Ah, abgewürgt. Ah, da ist er wieder. So, weiter geht die wilde Fahrt. So, Bekundungstour auf mal eine andere Art. Ah, und wir sind auch schon wieder hier. Oh. Vorher. Mal gucken, ob wir hier lang können. Mal gucken, ob wir hier irgendwo abbiegen. Wollen wir mal ein bisschen abkürzen. Aha. Aha. Willkommen in unserer Stadt rumfahrt. Kann ich bald Geld für nehmen hier, ey. Was für eine Aussicht. Das soll ja Wahnsinn. Kriegst du sonst nicht geboten. Steht denn da? Steht denn ein Auto hier? So. Kommen wir nicht weiter. Müssen wir uns rücksetzen. Scheiße, kommen wir nicht weg. Und wir haben uns festgefahren. Ach man. Kommen wir nicht mehr weg hier. Was willst du machen? Tja, also Unfall. Hier in Freifurt. Wir hängen im Vorgarten. Bei irgendwelchen Leuten. Hinten geht es auch nicht weiter. Ich weiß nicht genau, wo die diese Strecke noch ausbauen wollen. Ich weiß nicht, was kann es sein, dass die hier dann anschließen und dass es dann weitergeht. Ähm. Oder so irgendwie. Und dann hier. Durch den Ort und dann weiter. Und hier sind wir irgendwo im Weltall. Und gucken auf die Kacheldatei runter. Nicht schlecht. Ja, also wie gesagt. Freifurt eine gute Map. Es geht in der nächsten Folge dann weiter auch mit, äh, höchstwahrscheinlich immer noch Freifurt. Wir fahren dann nochmal die Map nochmal in ein paar Runden. Und, ähm, dann könnt ihr mal gerne Vorschläge machen, welchen Bus ich mal nehmen soll. Welche Map, welche andere Map ich fahren soll. Und solche Geschichten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es ist jetzt mal eine kürzere Folge, aber naja, soll es auch mal geben. Bis zum nächsten Mal hier bei OMSI 2 oder auch bei Formel 1. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss. Bis dann, macht es gut und tschüss.